Sehr häufig müsst ihr im Bereich des Rechnungswesens Berechnungen im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer vornehmen. Wie komme ich vom Bruttobetrag zum Nettobetrag? Wie komme ich vom Nettobetrag zum Bruttobetrag? Und was ist die Umsatzsteuer überhaupt? Da hier immer wieder Fehler passieren, habe ich diesem Thema heute ein eigenes Video gewidmet. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einem neuen Video hier auf Poo Education. In Österreich haben wir drei unterschiedliche Umsatzsteuersätze. Wir haben zum einen den sogenannten allgemeinen Steuersatz. Dieser beträgt 20 Prozent und betrifft die meisten Produkte und Dienstleistungen in Österreich. Neben diesem 20-prozentigen Steuersatz haben wir noch zwei ermäßigte Steuersätze, nämlich einmal jenen mit 10 Prozent. Dieser findet Anwendung zum Beispiel bei der Vermietung zu Wohnzwecken, bei Büchern, bei Lebensmitteln und so weiter. Und wir haben auch noch einen ermäßigten Steuersatz in Höhe von 13 Prozent. Angewendet wird dieser bei Blumen, bei Brennholz, bei Sportveranstaltungen, also bei den Tickets und eben auch bei Tickets zu Kino und Konzertveranstaltungen. Wenn ihr Besucher bzw. Abonnenten aus Deutschland seid, das Video passt nun auch für euch. Ich weiß, ihr habt andere Steuersätze, nämlich 19 Prozent und 7 Prozent. Allerdings gilt auch hier, die Steuer bzw. eben die Berechnungen zu Netto und Bruttopreis, die finden nach dem gleichen Schema statt. Es wird eben hier nur mit anderen Steuersätzen gerechnet. Wichtig zu wissen, in einem Shop muss der Preis einer Ware bzw. eben einer Dienstleistung für ein Verbraucher immer inklusive der Umsatzsteuer ausgewiesen werden. Also wir sprechen hier vom sogenannten Bruttopreis. Einzig beispielsweise bei der Metro wird eben ein Nettopreis ausgewiesen, weil eben hier nur Unternehmer Kunden sind und Unternehmer interessiert der Bruttopreis eigentlich nur wenig, weil die Umsatzsteuer eine sogenannte Durchlaufsteuer ist. Für Unternehmer ist also der Nettopreis einer Ware entscheidend, für Konsumenten, für uns Endverbraucher allerdings der Bruttopreis, weil eben wir, es sind die Umsatzsteuer, auch bezahlen müssen. Zusammengefasst, der Preis inklusive Umsatzsteuer beträgt oder heißt Bruttopreis, der Preis exklusive Umsatzsteuer, den nennt man Nettopreis. Wie erkenne ich nun, dass im ausgewiesenen Preis die Umsatzsteuer enthalten ist? Nun ja, hier gibt es eine Formulierung, die lautet beispielsweise, der Preis einer Ware beträgt 1200 Euro inklusive, das wird meist hier so abgekürzt, 20% Umsatzsteuer. Dann weiß ich, ich habe es hier mit dem Bruttopreis zu tun. Wie erkenne ich, dass in einem ausgewiesenen Preis die Umsatzsteuer nicht enthalten ist? Hier haben wir derartige Formulierungen wie zum Beispiel, der Preis einer Ware beträgt 1200 Euro zuzüglich 20% Umsatzsteuer oder der Preis einer Ware beträgt 1200 Euro plus 20% Umsatzsteuer. In beiden Fällen weiß ich, der Preis, der hier angegeben ist, enthält noch nicht die Umsatzsteuer und man muss hier die Umsatzsteuer eben noch hinzurechnen, um zum Bruttopreis zu gelangen. Die Berechnungen mit der Umsatzsteuer, die haben sehr viel zu tun mit der Prozentrechnung. Und hier ist eines ganz, ganz entscheidend. Man muss wissen, der Nettopreis einer Ware, der beträgt immer 100%. Also wenn wir vom Nettopreis hören, wissen wir, das sind 100%. Wenn wir vom Bruttopreis sprechen, dann beträgt dieser immer 100% plus eben dem Steuersatz. Dies kann bei den österreichischen Steuersätzen eben sein, dass man hier es dann mit 110%, 113% oder eben beim allgemeinen Steuersatz eben dann mit 120% zu tun hat. Wir wissen also, und das soll hier dieses Beispiel verdeutlichen, bei einer Ware mit einem Umsatzsteuersatz von 20% beträgt der Bruttopreis 120%, der Nettopreis immer 100% und die Umsatzsteuer in diesem Fall 20%. Kleiner Exkurs, würden wir es mit der Umsatzsteuer von 13%, beispielsweise eben für eine Kinokarte zu tun haben, dann würde der Bruttopreis 113% entsprechen, der Nettopreis wie immer 100% und die Umsatzsteuer eben 13%. Und wie eben schon angesprochen, dies gilt für alle Steuersätze und eben auch für deutsche Steuersätze mit 19% beziehungsweise 7%. Gut, kommen wir nun zu den Berechnungen im Zuge der Umsatzsteuer. Die erste Frage, die wir uns stellen, wie gelange ich vom Bruttopreis zum Nettopreis? Wir wissen, der Bruttopreis ist immer 100% plus eben dem Steuersatz. Und daher muss ich eben, um vom Brutto auf Netto zu gelangen, eine Division vornehmen. Ich gehe einfach her, nehme den Bruttopreis und dividiere ihn durch 1 Komma und eben dem Umsatzsteuersatz. Ich habe hier ein Beispiel. Der Bruttopreis einer Ware beträgt 1200 Euro inklusive 20% Umsatzsteuer. Ich gehe also her, nehme den Bruttopreis von 1200 Euro und dividiere ihn durch 1,20. Also 1 Komma und eben plus dem Steuersatz von 20%. Was ich herausbekomme, ist der Betrag von 1000 Euro und das ist eben der Nettopreis und das ist eben der Wert von 100%. Die 1200 Euro waren 120%, eben inklusive der Umsatzsteuer. Dividiere ich diesen Wert durch 1,2, erhalte ich den Nettopreis und eben die 100%. Schauen wir uns noch ein Beispiel an für eine Kinokarte. Hier habe ich beispielsweise einen Bruttopreis von 7,50 Euro. Dieser enthält 13% Umsatzsteuer. Wie gehe ich vor? Ich nehme mir wieder den Bruttopreis 7,50 Euro und dividiere ihn durch 1,13 in diesem Fall. Also 1 Komma plus dem Steuersatz von 13%, der bei Kinokarten eben in Österreich zur Anwendung kommt. Ich komme auf 6,64 Euro. Das entspricht eben dem Nettopreis der Kinokarte und eben diesen 100%. Wenn ich nun den Steuerbetrag in Euro wissen möchte, so rechne ich einfach Bruttopreis minus Nettopreis. Ich nehme also die 7,50 Euro Bruttopreis her, ziehe die eben errechneten 6,64 Euro ab und komme auf 0,86 Euro. Und diese 0,86 Euro entsprechen der Umsatzsteuer von 13%, die eben in Österreich für Kinokarten verrechnet werden. Die zweite Frage, die wir uns stellen können ist, wie gelange ich von einem gegebenen Nettopreis nun zum Bruttopreis? Auch diese Rechnung ist keine Raketenwissenschaft, nur kommt hier eben eine andere Rechenart zur Anwendung. Gegeben ist ja der Nettopreis. Wir haben bereits gehört, der Nettopreis entspricht immer 100%. Nun muss ich in diesem Beispiel hier von einem Nettopreis von 1000 Euro noch 20% Umsatzsteuer draufschlagen. Wir müssen hier eine Multiplikation vornehmen, das heißt wir nehmen den Nettopreis von 1000 Euro her und multiplizieren diesen mit 1, und eben wieder dem Steuersatz. Bei einem Nettopreis von 1000 Euro müssen wir also eine Multiplikation mit mal 1,20 vornehmen und gelangen so zum Bruttopreis von 1200 Euro. Wir sehen also, wir müssen hier nur die Grundrechenarten beherrschen und wir müssen wissen, dass der Nettopreis immer 100% beträgt und eben ein Bruttopreis immer den 100% plus dem Steuersatz entspricht. Und wenn wir das wissen, dass wir eben, wenn wir von Brutto auf Netto kommen wollen, immer dividieren müssen, und wenn wir wissen, dass wir von Netto zu Brutto immer multiplizieren müssen, dann haben wir das Gespenst dieser Umsatzsteuerberechnungen schon im Griff und wir können hier getrost den kommenden Beispielen entgegen sehen. Wo müsst ihr im Rechnungswesen fit sein und diese Berechnungen vornehmen können? Nun ja, das ist zum einen der Fall bei den laufenden Geschäftsfällen, wo ihr beispielsweise aus einem Skontobetrag die Steuer richtig rausrechnen müsst, aber auch im Jahresabschluss, wo ihr im Bereich der Forderungsbewertung ebenfalls Steuer aus Brutto-Forderungen herausrechnen müsst. Ich hoffe, das Video war lehrreich für euch, ihr habt wieder was dazulernen können. Wenn es Fragen gibt, dann bitte packt mir diese in die Kommentare. Ich freue mich natürlich über Abos, freue mich über Likes und freue mich auch schon wieder über das nächste Video, das ich euch in Kürze präsentieren werde. Habt noch eine schöne Zeit und wir sehen uns bald. Ciao!